Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Path of Exile. Gestern ist da die Beta-Phase in die normale Release-Phase übergegangen. Da wollte ich gestern schon anfangen das Spiel mal für euch anzutesten und prompt gab es da Probleme mit dem Login-Server, der wahrscheinlich hoffnungslos überlastet. Aber kein Problem, denn wir sind jetzt dafür nicht alleine, sondern zu zweit. Hallo, Break. Ja, hallo, hallo. Ich grüße dich. Sehr gut, hammergeil. So, mal gucken. Äh, was haben wir hier für verschiedene Klassen? Wir haben... Ja, so eigentlich die Standardsachen. Was spielen wir hier für ein Spiel? Was wir hier spielen, das ist... Gott sei fahrer Claire hat es kurz gesagt, denn Diablo-Blood. Jeder kennt es, denke ich mal mehr oder weniger. Endeffekt ein Action-RPG. Äh, warte mal kurz. Die blöde Kuh, die spricht ja so laut und so laut. Ich muss dann gleich nochmal den Sprachsortleiser machen. Die ist genauso laut wie du. Voll cool. Juhu. Der Ranger, der ist nämlich weiblich. Erstellen wir einen Pickhunter. Das ist mir. Ich habe dann schon mal angefangen. Ich habe mir eine Marodeur erstellt. Eine Marodeur. Das heißt, so ist standardmäßig noch ganz normal. Einfach ein Krieger, so wie das aussieht. Und, ja, machen wir einfach mal beim Spiel weiter, würde ich sagen, bei der Erklärung. Ja. Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir es ja mittlerweile so kennen, dass wir einen urdefinierten Skill-Boom haben. Egal in welchem Spiel das ist. Du hast immer irgendwas, was du entweder nicht skillen kannst oder skillen kannst. Hier ist es so, dass wir einen komplett zugänglichen Baum haben. Wir haben irgendwas, ich habe letztens gelesen, was mit 1350 Talenten oder Fähigkeiten, die man skillen kann, auf einem riesigen Panel verteilt. Ich würde es jetzt einfach mal so weit gehen und sagen, das ist das Ferro-Brett aus Final Fantasy X. Final Fantasy X. Kenner werden es lieben. Ich liebe es nicht, aber ich kenne es zumindest. Ich habe ja Final Fantasy X nur ganz kurz gespielt. Aber da habe ich das Ferro-Brett kennengelernt. Ich fand die Idee dahinter auf jeden Fall mega cool irgendwie. So, und jetzt liege ich hier am Wasser. Jupp. Da fängt das Spiel an. Nice. Hier erstmal Bogen aufnehmen. Ah, direkt ausgerüstet. Du so als Schiffbrüchiger startenst halt wie üblich. Irgendwo in der Pampa. Und gehst dann deiner Wege. Wollen wir mal mit den Leuten hier reden, hier liegt doch immer rum. We all did made it. Dumped thousands of us. Story, story, story. Du hast ja schon mal ein bisschen angespielt. Ist die Story hier irgendwie relevant oder ist die ja irrelevant? Also ich würde mal eher so weit gehen und sagen, die Story ist bei jedem Spiel relevant. Allerdings habe ich sie bis jetzt nicht verfolgt. Okay. Oh, ja, ist jemand Evangelion Evangelien. Ja, woher kommt das noch? Oh, ein hungriger Körper. Wow, das ist ja voll krass. Huch. Ach so, ich muss mich ja mit der Maus bewegen. Ich würde jetzt wehre als die Steuerung machen. Nee, das ist mit der Maus. Hold out to show items on the ground. Oh, Burning Arrow. Den nehmen wir nochmal mit. So, ich suche mal noch eben hier die Friendlist. Wo waren die jetzt? Ähm, gute Frage. Nächste Frage. Open Social Panel. Auf S. S. S wie Social Panel. Ah, cool. Create Party, Friends, Friends. Ich hab keine Freunde. Invite your friends. Wie heißt du? Ähm, L-O-M-Break. Da der Punkt nicht geht. Break. Da ist er doch. Der Twilight Strand. Ja, einfach. Create a public party, enter a description box, bla 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 bla. Soll ich ne public party aufmachen? Kontextmenü. NLP, ach so, Kontextmenü geht das? Auf mein Name klicken, in der Friend ist Kontextmenü. Cool. You has joint the party. Ist nur die Frage, wo er ist, ne? Ja, ich denke mal, wir werden in der nächsten Stadt dann auch einander treffen. Ja, ich dann auch mal. Also, soweit ich weiß, sind die ganzen Gebiete hier alle instanziert. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Bereich. Stimmt, Mist. Kann sich dann da einbewegen. Weißt du, ich hab hier einen übelst coolen Bogen, ja. Aber ich mach die ganzen Fässer trotzdem mit der Hand kaputt. Stirb, du blöder Arschloch-Zombie, Mann. Oh, Iron Head. Das klingt cool. Oh, die setzen die Sachen alle gleich automatisch. Ja, hab ich vorhin, glaube ich, auch in den Optionen gesehen, dass man da Auto-Equip aktivieren kann. Und deaktivieren kann. Das ist standardmäßig halt an. Ach, wie ich das liebe, Zombies. Ich liebe Zombiespiele. Ja, wie ich das liebe. Man hört es vielleicht gerade. Ich lege mal wieder. Du lagst? Ja, ob. Ich bin von 200. Ach so. Ich wollte nämlich gerade sagen, ist das jetzt hier durch deine Aufnahme, die du nebenbei machst. Nee, nee. Junge, auch dir sage ich, das sind keine Lags. Sowas nennt man Ruckel. Ja. Du müsstest das persönlich selber wissen, dass Lags eine Verbindungsunterbrechung sind. Ja, ich weiß doch. Aber trotzdem. Dann ist es halt ein Bildschirm-Lag. Bitte schön klarstellen. Das muss sein. Okay. Ich nehme erstmal alles mit. Auch die Truhe da und die ganzen Sachen in der Truhe. Gibt es hier einen Knopf, um alles automatisch aufzuheben. Das wäre cool. Gab es das nicht bei Diablo? Nee, bei Diablo gab es das nicht, aber bei Sacred gibt es sowas. Bei Sacred habe ich nie gespielt. Dann war das wahrscheinlich Baldur's Gate oder so. Das weiß ich nicht. Das muss ich zu meiner Schande gestehen. Habe ich nie gespielt. Oh. Um auch dich mal noch zu informieren. Mach mal das Inventar auf. Ja. Das ist I. Da hast du so eine komische Rune oder Stein drin. Je nachdem, wie man es selber nennen will. Blacksmith White Stone habe ich jetzt. Du kriegst die Fähigkeiten nicht direkt über den Skillbaum. Du musst dir via diesen Stein sockeln. Deine Leveln allerdings auch mit deiner Erfahrung mit. Okay. Warte mal. Ist das jetzt hier so ein zum Beispiel Blacksmith Redstone habe ich hier. Stack Size 1 von 20. Improves Quality of a Weapon. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist eine Rolle, wo du deine, wo du den Seltenheitsgrad quasi deiner Waffe verbessern kannst. Das dürfte ein einfacher Stein sein. Bei mir liegt der oben links und heißt Heavy Strike. Also schwerer Stress. Ab Start hatte ich nur hier vier Tränke insgesamt und eine Scroll of Wisdom. Oder drei besser gesagt davon. Also zu diesen Scrolls of Wisdom kann ich dir auch gleich noch sagen, das ist die Währung in diesem Spiel. Ach. Es gibt in dem Sinne kein direktes Geld. Okay. Oh, Level Up. Oh, hier sehen wir das. Wir sehen ja gerade, dass es steht. Entschuldige, dass ich gerade einfach mal mit einrede. Ich bin gerade so schön im Flow. Drück mal Tab. Dann hast du eine Minikarte. Warte. Tab Minikarte. Okay, ja, habe ich. Diejenigen, die das jetzt sehen, die werden sich freuen. Ganz ehrlich, ich habe da sehr nostalgische Gefühle. Die sieht nämlich exakt so aus wie die Minimap bei Diablo 2. Ja, exakt jetzt nicht, aber es ist schon stilistisch gleich. Ja, auf jeden Fall. Ach, ist das ein dummer Zombie, Alter. Komm, stirb. So, jetzt gucke ich mir trotzdem erstmal das Fero-Brett an hier. Kann man da auch reinzoomen? Oh ja. Oh ja. Ja, kannst du. Alter Vater. Also, wir sind hier. Ja, das ist mein Charakter. Der startet dort. Und hier und das alles können wir sich dann durchleveln, sozusagen. Durchskillen. Mhm. Und da kannst du dir halt, äh, ja. Oh, alter Schwede, das ist ja mega Hammer viel. Und die Theorie besagt, dass du alles davon skillen kannst. Oh yeah. Was die Praxis macht, das kann ich leider noch nicht sagen. Attack Speed. So weit habe ich noch nie gespielt. Evasion of Life. Attack Speed mag ich ja eigentlich mehr. Evasion of Life. Dexterity. Accuracy. Dexterity. 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 Und hier kommen dann die richtigen Skills wahrscheinlich hier in diesen runden Dingern. Projektile Damage. Ja, das sind so eine Sachen. Stun Recovery. Primal Sprint. Cool. Also ich gehe erstmal auf Attack Speed. Das ist ja klar. Apply Point. Juhu. Kann man ja auch rennen in dem Spiel? Äh, ich glaube das tust du automatisch. Ja, ich glaube auch, aber das ist irgendwie vergleichsweise langsam. So, ich habe jetzt auch mal meinen ersten Skillpunkt erreicht. Da ich ja in unseren gemeinsamen Partien bis jetzt immer derjenige war, der am meisten aus dem Maul gekriegt hat, weil ich ja eigentlich Tank gespielt habe. Oh ja. Werde ich glaube ich, werde ich mich erstmal zwischen HP und Schaden austeilen, glaube ich, erstmal auf HPs etwas festsetzen. Ja, also ich... Mit Schaden dann eher mehr Passivskillen. Für den Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eigentlich ja ganz gut Schaden, was ich ja mache. Also die Zombies brauchen zwar drei Schuss von mir, aber ich denke mal bei dir brauchen sie auch zwei, drei Schläge. Ja, genau. Da ich meinen ersten Skill schon habe und du dem wahrscheinlich einfach nur zu blöd bist, den Inventar zu finden. Ja. Ähm. Mann. Geht das recht fix? Ne, jetzt hier ohne Mist. Ich habe jetzt hier Splinted Tower Shield. Ein Shield. Ich kann entweder nur einen Bogen oder ein Schild nehmen. Ich weiß nicht, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. Das ist bei mir so. Bei mir ist das oben links im Inventar, nicht rechts. Ich hatte glaube ich rechts gesagt. Ne, du hast links gesagt. Stimmt schon. Oh nein. Okay. Ich habe hier Burning Arrow. Was kann ich denn damit machen? Ja, siehst du mal. Du bist Fernkämpfer. Du hast da ein Item, das sich Burning Arrow heißt. Ah. Ich habe dir erklärt, deine Skills liegen im Inventar als Rune. Was ist das? Frage an die Zuschauer. Ja, genau. Richtig. Eine Rune. Das hat der Herr dort links richtig gesagt. So, jetzt verrat uns, was ist eine Rune? Den Stein, den du da siehst, kannst du ja einfach mal anklicken. Dann müsste ein normaler eigentlich, glaube ich zumindest, die Sockel aufleuchten. Ansonsten nimmst du einfach deinen Mauszeiger und gehst mal über deine Items, die du angelegt hast. Oh ja. Dann siehst du da die Sockel mit den verschiedenen Farben. Ich habe meinen Bogen zum Beispiel, habe ich einen roten Sockel. Einen grünen soll es wahrscheinlich sein. Könnte auch gelb sein. Und einen blauen. Rot, grün und blau. So, und da der Stein grün aufleuchtet, nehme ich einfach mal, oh, nehme ich einfach mal, oh, verdammte Axt, jetzt habe ich ja, ah, scheiß doch auf dem hässlichen Schild. Warte mal, ich habe gerade hier noch was gefunden. Physical Damage 3 bis 10. Wo du die Rune hast, mal hinsockelst, ist in dem Sinne mehr oder minder egal. Zum Anfang kann man sich da noch ein bisschen... So, ich habe den jetzt einfach eingebappt. Oh, jetzt habe ich einen Skill. Burning Arrow, den lege ich mir auf Q. Kann ich mir den auf Q legen? Da unten in der Aktionsleiste, sage ich mal, rumschieben. Nee, geht nicht. Warte mal, vielleicht kann ich das nicht, weil ich im Inventar bin. Ah, das ist natürlich Rechtsklick. Automatisch Rechtsklick, also oben die erste Leiste, da unten rechts neben dem Mana-Balken ist links, Mitte, Rechtsklick. Ja, genau, das habe ich mir jetzt auch gerade so angedacht. Das ist cool. Und da habe ich natürlich auch meine Mana... Ich frage mich, welches Spiel war das allererste, was Mana eingeführt hat? Was Mana eingeführt hat? Ja. Alter, du stellst Fragen. Also jetzt den Begriff Mana meine ich damit. Ich meine, das kam ja nicht aus der Luft, das kam ja augenscheinlich aus dem Baum. Also das erste Spiel, das ich gespielt habe, wo Mana drinne vorkam... War bestimmt Cycle of Mana. Ja, das überlege ich gerade, da ich aber doch... Naja... Wahrscheinlich schon. Ja, irgendwie. Damals gab es ja noch nicht so viele Rechner. Insofern waren relativ teuer. Oh, fuck, hier ist ein großer...